glaubt ihr das nicht ich glaub dir das auch nicht wir können wieder so viele löcher stopfen das war vaseline kaufen und körper machen so ähnlich was legt ja guck mal hier das weise zeug aufheben dass ich die da entgegengeschickt habe das weise zeug auf dankeschön das war nicht viel gewesen aber gerade das was ich jetzt dabei hatte das guckt dann schon die menge an es leckt ich kann nicht aufsammeln ich habe einfach keinen platz mehr im inventar das ist ein unterschied minimal aber nicht behindert das ist doch so ach bei ihm unterscheid ich einfach bei mir machst du ein fragezeichen hinter definitiv ja ich versuche so sozial wie möglich zu sein das geht ich bemühe mich ja blutsozial ja du hast mir eben weißt du dem buttergolem von uns allen hast du eben erzählt dass du bei dammern Burger gegessen hast das nenne ich nicht sozial dammer voll geil was du bringst uns nix mit das war schlecht das nächste Mal bringst du mit vorher einen vorbei nein meine Fresse ey was er nervt habe ich mir vor den Keller zu machen und hast den Flieger als Abrissbirne bestellt Nein, also ein Keller hatte ich vor, aber nein. Weißt du, die ganze Unterrede von meinem Haus ist durch. Mal wieder. Ich bin schon überlegen, den Quatsch abzubauen, da irgendwas Bombenfestiges hinzustellen. Ist das denn irgendwas, was wirklich Creeperfest ist? Äh, so hat ein Enderman Garn, oder? Ja. Ja, ich habe eben doch gelesen, eben in der letzten Aufnahme, den Quatsch unten auf der Kellertreppe und da ist die Cobblestone-Treppe explodiert, aber nur ein einziger Stein weg. Ja, bei mir ist mehr als ein Stein weg. Ja, warum auch immer. Ich darf sein Haus immer wieder neu bauen. Welcome to Jackass. Ich bin Lucas und, äh, heute machen wir Creeper-Party. Ach, du bist so ein Cheater. Was? Ich bin nämlich angegriffen. Was machst du da? Löcher stopfen, du hast ja nur die Hälfte gemacht. Ja, aber das passt doch. Was? Wenn dann Gang. Du hast recht. Alter, nein. Hast du gehört. Wenn dann alle. Alle drei. Ähm, ja klar, ich lebe dann diesem Motto, aber trotzdem. Gut, dass du kein, äh, islamistischer Terrorist bist. Weil dann wäre das Motto, wenn dann alle, nicht so gut. Was? JOLZ! Bring mit. Könnt ihr mich hören? Nein. Irgendwie, ähm, vielleicht. Könnt ihr mich hören? Ich sehe nichts. Könnt ihr mich fühlen? Ich höre nichts. Könnt ihr noch atmen? Nein. Wow, wir kommen mal in der Nähe von Beatboxen auf. Hahahaha WTF, alter? Ich bin gerade High-End verstört. Ich bin High-End verstört, ich weiß nicht, was ihr da gerade für eine Melodie gespielt habt. ja richtig grüß mal mein kron bitte er hört dich eh nicht laufe auf einem lava fluss eigentlich müsste ich schmelzen weil ich aus butter bestehe aber hey je nachdem vielleicht bist du kein buttergolum sondern bestehst aus margarine das klingt so als hättest du so drei skandinavier die gerade irgendwie im wald eigentlich auf jagd ballert haben aber das sind alles nur so haut und knuck gewesen dass die sofort instant verarbeitet richtige lauchsuppe gegen mobs schaden durch die magpa blöcke also normale probier's auch schon alter der stein aus wasser danke dafür und ihr mich hören nein jetzt nicht mehr was das wird rammstein spielt und der fahrt ihr mich hören warst du einfach nein das kann nicht sein wie das hier um legt das ist doch nicht normal momentan habe ich keine probleme so nicht ja Oh, ich kann wieder die Zeit schlafen, ne? Ich muss nicht, es lohnt sich nicht. Ich kann mich sehr gut nachvollziehen. Ich nicht. Das Leben ist zu kurz. Ich bin so müde. Oh, mein Gott. Gettel hat es auch einen Teil gedauert, bis ich endlich wegschnarchen konnte. Ich kann auch am Netflix gucken, ne? Ja. Ja. Ich hab die geboten immer noch nicht. Kein Lust. Wat, wat, wat? Wat? Wat, 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 wat? Wie viele Ente? Auf Crack. Ich bin so müde. Wie viele Ente, 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 Ente. Boah, das ist kaputt. Boah, ich bin nur noch im Gehen in mir. Habe ich noch gesagt. Habe ich nicht angesteckt. Ja, scheinbar. Das Gehen anderer Menschen schlägt nur an, wenn man den Menschen auch sympathisch findet. Ja, weiße Bescheid, ne? Das bringe ich nicht. Ja, weil du... Boah. Weißt du, alles ist gut und dann kommt Lukas und ballert dir so einen Sidekick rein, oder? Ja, das ist nur, weil ich jetzt nicht mehr unter ihm bin. Irgendwie finde ich das nicht so gut. Obwohl, guck mal, ich bin doch halb unter dir. Und euch beiden. Was? Ja, wegen einer Hand kannst du vergessen, Mädel. Könnt ihr mich hören? Ja, ich bin doch mal. Oh, Mann.